Hallo aus Essen, liebes Team der DAPR, wir gratulieren ganz ganz herzlich zum 30. Ganz tolle Zeit, die vergangenen drei Jahrzehnte. Ich habe sie nicht alle miterlebt bei euch, ich hoffe aber die nächsten 30 kann ich nochmal mit dabei sein. Ich gratuliere euch heute auch nicht alleine, der Oliver würde auch gerne herzlichen Glückwunsch sagen, aber aus den bekannten Gründen sind wir hier so ein bisschen auf Sicherheitsabstand. Ich könnte kurz übersetzen, ich glaube ihr wisst was er sagen will. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch von uns beiden und wir stoßen an hier aus der Ferne.